Achtung! Achtung! Okay, der trank. Den Chat da! Looking for going Duhil! der blitzschaden ist sogar der richtige was bereits sehen wir raus okay da war ein sehr komischer start mehr von uns ich war eingefeuert da kann der eine auf mich zu gehören sind hat mich gekillt naja das gesporen leute wir haben zumal etwas zeit ich mit den ganzen gegnern mit den ganzen gegnern hat mit ein gesperrt mein gott fünfmal die gleichen hier schon ein ende ist dann schon so weit ich bin damit nahm eingang leider also los ich habe sogar locker genau deswegen nicht gestorben damit nein gesperrt mit allen mein gott ich weiß ich meine reine da kommt man mit mir mit denn jetzt ja ja ist alles ja meine was ich habe keine ahnung absgleiche der brennende also ich noch gerade erinnerst ja auch nicht einmal mit der axt und du bist tot ich habe keine ich mach dir mal eine blutleiche am eingang nah verdammt ist getroffen dass wir sehen die ganze kultesten von ich da für dich ich springe einfach darüber ja die dicken typen ja die die mauer hinterlässt auch eine blutleiche ja ich bin auch nicht bereit auch hat und so langsam angefangen auch immer ich weiß auch die hauen dich und da tut voll weh noch ein bisschen näher ja ja es ist ein feuer ne doch nicht 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 au das beruhigen also ein ganz kleines wird schon einmal tief durchatmen genau davor steckt machen wir uns schaden auf zeit aber ich habe den eingang abgesperrt ich bin noch nicht bereit oh gott so viel gift schaden auf agon punkt sie kann sich auch noch bewegen okay jetzt haben wir auch zusammen fehler gelernt am anfang fertig gemacht worden es wird erst mal einen gewitter sturm reingegangen sein der reiches heraus war da ist auch nicht sicher nein also wieder gegner da ich würde sagen wir sprechen nach außen versperrt den ausgang nein daneben als unsere bude genau unten benutzen geheim lang weil das war länge der erst getroffen das ist ein einzigartig neues zeichen irgendwie auf der karte ich bin tot dabei beliebt wegen kannst du ich mal wieder ich bin aus der gefahr also ich bin aus der gefahr also ich bin aus der gefahr also ich habe mal dafür karte ist das in gewalt getroppt und vermag und vermag das schwert für mich nicht symbol saal halt so neu aus blau zorn schaltet man wieder werten ein neues aussehend freie ordnet sich gut aus hat schwert so ein schönes blaue schwert abtast genau zu meinen anderen großen schwert endlich mal ein cooles schwert design so viel gift schaden er hat mit seiner aktion lichter angesprochen auf der karte lange zeichnen gestorben sind wir nicht aber hier euch und hier euch und hier durch 18 sind noch da man hier sind die restlichen alle warum so viel schaden kollegen verstehe diese logik nicht alles klar vielleicht ein bisschen weniger locker nehmen wir haben nicht mehr viele wiederbelegung aber jetzt haben wir schon wieder sind noch ein maier und noch feuer zu will oh gott oh gott oh gott sind wir alle bei dir ich traf ihn vor jahrzehnten er war es der meine bewerbung für das erst mal runter gegangen sie müssen war ja ganz viele feuer schieben da unten waren ich weiß nicht ja ich habe mir nicht dasselbe zu sein hier ist ja niemand macht macht aus dem inneren ein angemessenes vermächtnis hallo ah gott direkt vor mir teleportiert ich will ja weg versperre den ausgang von ich war ziemlich ich muss warten ja man hat der einzigartige war da war irgendwie so ein anderes zeichen deswegen habe ich mich gewundert wie so ein weißes zeichen gewundert war ich singen musste ich abgucken ja 90 hatte geschwert ein kleines ich verschwere ihn ausland aber ich bin eingefroren hier noch ein bisschen zurück er hat weniger auch ich bin eingefroren stellte aber einer von euch du auch kollege ich bin mal heute haben wir ein paar schon mal erledigt von den stücke steigt euch nicht daran direkt so in die türe ein ganzer daddy ist zu hause daneben ich glaube da ist leichter eingang zum boss ein heiligen nein ich bin hier runter der rote kreis hat wir gestorben einfach gestorben hat sich zu gerannt gekommen ist ich war noch nicht mal in der nähe jetzt aber zu mir hingekommen gesagt habe ich mir zwei sind hier noch genau in die andere wenn du versuchst mich wieder zu überlegen da rennt einer die ganze zeit jetzt wird er kommt kleiner so ich gebe zurück lass mich hier durch ich muss warten das war gekreiselt das ist das ist oh hmm nicht gut dass wir alle da bleiben da ist noch ein dicker wo aber weil sie an uns bei sehr los mit feuer und der ja nein 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 dann lasst mich durch was ich bin weg bevor die wie es machen da kommt eine menge schon lange sind schon wieder weg ganz dick ist noch hinter der folgte dem schlüssel der chari ok da geht einfach noch recht lang so kannst du ihn so umgehen so rechts kannst du da irgendwie so ich bin mich hier gar nicht zurecht im gegensatz zu dir jetzt da oben jetzt geht es nach rechts wenn da oben ist eine andere tür jetzt geht er zurück jetzt ist er zurück okay ich bin relativ weit von denen ich glaube ich hatte die tschulders der ist wieder weg hier bloß nicht nach einer rechtzeit das ist noch oder kunde dieses gebiet sich gerade recht gehen also hat gesagt ich soll nach rechts gehen der gegner hinter dir ja da sind gegner die verfolgen mich ich weiß nicht ganz klar ich wollte einmal ich wollte einmal rechts und da nach oben dreck da sind so viele elite gegner die schaffe ich nicht alleine ja selbst wenn du stirbst kann ich mich ja nur einmal wieder beleben da kann ich dich wieder da bist der aufbau und da wo soll ich mir jetzt hin von wo du gekommen bist nämlich an ich habe hier keine orientierung links 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 ja weil der alter stand ich dachte er bewegt sich nicht mehr zurück oder so es geht nach oben rechts oben nur einmal kurz nach rechts dann nach oben deswegen rufe ich falls die karte auf ja aber nicht die karte aufrufen wenn ihr gegner kommen wir nachher zu nehmen wir sind dadurch sind doch keine gegner hast du gar nicht jetzt wollen die gleich auf einmal der kommt der kommt bewegt woher sagt auch tränke ja aber ich habe ja auch noch schätze noch ganz viele gegner ja wird hier eine mauer gemacht ich habe sie ein gerissen ja ich gleich auch ja da keine tränke das war so klar dass der falle ist stirbt du schwein stirbt der herr ist schlechter als meiner müssen da gespawnt nach dem bund alle bei meiner leiche vampire mit beschwerter wird das überlassen aber kann es ja noch wieder beleben die herausforderung spinnen massaker ist beinahe übersteht ich wünsche ich könnte mir so von deiner perspektive irgendwie sehen wenn man todes oder viel witziger wachen ich habe keinen trank also ich bin tot aber wir kommen jetzt da nicht weiter aber immer ein paar von dem weg er das funktioniert ja nicht dann jetzt sind wir jetzt schon wieder ein paar mal ist jetzt hier ein bisschen blöd ich muss schon wieder der boss da ich bin wieder los ich bin wieder ein ich habe den verfehlt er wird ja jetzt schon wieder hin der langzubekommen ist abgehauen wo ist natürlich mit der mauer ich glaube dabei das müssen wir noch den durchgang finden und dem boss aufs maul gegen hey es geht nein 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 stirbt du schwein stirbt ja da voll cool gemacht leute ja die dünne 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 dauert doch nicht gut dass das geht mit dem mit dem deutschen schief der deutsche wenn ich leichen wieder belege nein ich will nicht mehr da liegt was war machte wenn ich mal mit dem angst treffen würde noch kleine gegner ja hat sich der brennenden toten sei verflucht haben wir da unseren bus der urteil der mutter du bloß nicht den rest ist dann schweizen die 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 ich bin auch nicht bereit na los da kann er vertreibt nur noch nicht dabei aber wir leben danke ja auch die ganze zeit nur den mann ich weiß nicht ob ich mich da nähern kann die ganze zeit der ganzen sumpf sitzen ich versuche dir mal irgendwo weg zu locken erst mal noch vielen dank gute frau gott ich will auch gehen nicht gekippt hat er mit man weiter betreut oder so ich bin der mann schafft es halt mal die alter das war nicht so anstrengend alles klar neue schwerte tue ich aber noch nicht so weit haben wir denn hier ein neues höschen gerade angezogen hat mir alle wert hier erhöhte es geben wir ein neues höschen hat stärken wahrscheinlich gegen eine nähe wie wahrscheinlich gegner typ blut um ja schon gegen schatten na gut okay seit der welt was eine stunde nämlich manchmal noch ein ding dann habe ich eine glühwe auf level 15 wieder wo ich gerne noch erreichen also ein albtraum dann schon noch wenn es geht ich muss arbeiten das sieht abgenutzt aus ich schlafe noch eine stunde dann ist das halt entgeistert ein bisschen besseren regnen gekriegt das ist ein vier dinger oder sagt das ist ein nicht fiesischer schaden magischer schaden und schwert mein feuer ist wahrscheinlich auch nicht physisch kommt wieder wenn ihr die schmiede braucht das sieht aus das sieht aus was im kern fähigkeiten was man wir bewirnt nicht so ich kann irgendwo bei den fähigkeiten werden dann gilt wieder guckst dann müsste irgendwo stehen wo kernfähigkeit ich zum beispiel bei der einen widerstieg kernfähigkeiten verbrauchen gern fähigkeiten verbrochen ressourcen mächtige angriffe zu können ich habe mir leute sein ich bin auch nicht bereit so hat es ein skin für mein schwert ich bin noch nicht stärker ja geister hat diese länder sind türkisch als ich werde bei meiner rechten hand haben willst du eine rechte hand ich werde meine rechten hand haben ich will mal wissen wie es ist eine rechte hand zu haben das sieht auch krass aus hat schwert jetzt noch meinen leuchtenden knüppel des feuers ich habe nur blau und rot überall ich muss warten wenn ich mal hat vernünftiges ja als schwert vom skinner ich noch ein gutes einzigartiges schwert noch wo ich dachte neuer morpheus kann sein ding mich hier anstehen aber der qualschleim ist glückliches ei also nicht der dual der chance der beliebtes ist voll beliebt ich muss ja alle wollen den besiegen der hinpost des spiels zu sein habe ich das kann ich mal sehen sein drop was wir tun ja anscheinend alle nur bestimmte sachen droppen mehr so bestimmte sets oder so wie ein kommentar irgendwie letztens unter dem letzten milliard irgendwie gesagt so wird der typ hier droppt hier dieser frostboss soll irgendwie gut für neccommentar sein die mit minions hier spielen also er hat schon gesagt hat wer vielleicht irgendwas für dich wahrscheinlich oder kommentieren leute unter deinen videos das ist wenn man mainstream spielspiel spielt irgendwas weil noch keiner was von gehört hat habe ich freie oder 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 wo war das das hat ja ein bisschen mehr rüstung ja ist im rüstung kann ich schaden ich bin fertig ist auch fertig wenn ihr macht hätte ich vielleicht auch meine tränk hier aufladen ok nehmen wir denn 50 ein enttreibender schatten monster gibt schaden monster leben barrierebrecher monster kälte schaden distanz verteidiger hinterrücken stärke ledige gegner gift verzaubert schon sagen keine antwort kann erst wagen auf zum fahrt der blinden aber das schade nein jetzt bin ich habe ich so wie wir es sind dann schon rausgerannt dann kommt immer mein schwert jetzt an ja 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 ich zwei blau schwert ich sehe aber nur eins nein ich sehe nur eins dort läuft nur so rum hallo da kann ich erst mal einen trank aus er und schlechter irgendwie soll sehen wir als untote keine ahnung ich habe sie jedenfalls genommen meint man hat so viele fähigkeiten sind ja hochgelevelt ich meine ausrüstung ich bin tot der hat mich gerammt und zwar tot oder getötet von bestie und ich glaube hier mit meinen untoten elixier um versucht durch diese fliegen so durch zu der stelle mein ausweichen wird sofort drauf gegangen du kannst dich nicht lange ich muss machen er will fliegen ich habe nur noch zwei tränke man hat aber auch mit dem angriff das tut voll weh aber ich bin noch nicht und der mom geht nicht drauf oder aber Oh hier habe ich da alle ja 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 die meister schaffte warum halten die denn so viel aus dem teufel deswegen 30 prozent zusätzliches leben muss dafür verfügen barrierenwäsche anzug die haben erhöhtes leben der morgen die vor viel schaden das ist wahrscheinlich sogar war ganz ehrlich ich bin noch oh my god dort oder dich knapp vor du siehst lecker aus genau so soll es nicht mit leichen du sollst waffe kaufen ich bin dort ich hatte auch noch einen trage ich war ein halbhof ich halte rausgekommen ich liebe diesen angefangen zu setzen wenn jemand mir den rücken gekehrt hat zum bildschwein zum beispiel fliegen wie soll ich mich da nähern der explosion ich meine konversation seit wir noch mal ein gift aus ich komme nicht ran ist wahrscheinlich die zielten oder so ja naja also hier sind keine insekten ein stück kommt ein stück haben wir sind jeweils feuer er sagt vier schilder aber die kann manchmal die leute hier kaputt er steckt dann ein verein der erst mal kaputt machen wenn sie das macht verkauft wir haben viel einfacher diesen blöden insekten ich will da auch noch rausgehen ich will da rausgehen ich möchte mich zu drehen also lasst mich ich habe ja ich habe schon mal ein ein anderer auf ich bin noch nicht bereit nein du bist voll ich will dann aufheben wenn dein vater widersetzt mich der menge gold so will ich so schnell auf da gehen wir noch bei gold gold machen schneller aber ich glaube ich habe gerade ein blubgeräusch gehört, hast du was von der krelle getrunken? ne es ist ne falle nein ich tschuldige, hier unten noch mehr gegner was machst du denn da? ich wollte den ausweichen ich drehe mich für euch alle keiner kommt hier wird so schnell jemand trifft ich bin noch nicht bereit mein kaffee ist ja hier los der sommerschluss verkaufen die von unsere haut als die mit klamotten haben ich denke mehr ja was auch das mit quelle ich muss warten mein gott da brauchst du mich auch irgendwie was darf der fuck jetzt mal einen schluck trinken er war heftig ok ich hatte so ein gefühl das ist eine falle aber da muss ich aktivieren ich bin noch nicht bereit er schreibt ihn da schon wieder ja mein gott den habe ich die klippe runtergeschwissen das ist der könig der lösen oder hat er ich bin noch ein paar gegner kaputt ich bin noch ein ding einsammeln da habe ich doch weiß ich doch nicht was du da machen derzeit all das genau habe ich doch schon vor zehn minuten eingesammelt ich war beschäftigt um mein überleben zu können guck mal da ist ein boss ja dein autem ist echt schlecht ich glaube da macht den schaden nicht ich habe mich ich bin noch nicht bereit oh feuer auf ja bei bei wem mal stärker gegner leider auch hier und hier auch hier hier sind am boden und schaden wenn wir nicht wir haben barrieren ja jetzt habe ich auch noch meine letzte glück auf level 15 gemacht alles klar jetzt die ganzen anderen sachen hoch ok cool ich will sehen wie das hier aussieht wenn ich wüsste welcher da war die hier die war cool gut 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 Vielen Dank.